Marottanasana, auch bezeichnet Mara-Uttanasana, ist ein Asana, welches dynamisch ist und im Hatha-Bhyasa-Padati beschrieben wird, ein Text, der im 17, 18 oder 19. Jahrhundert verfasst wurde. Marottanasana wird manchmal besetzt als die Stellung der ausgestreckten Liebe. Mara ist eine Liebesstellung. Was das genau sein soll, kannst du dir selbst überlegen, aber als Hatha-Yoga-Asana wird sie wie folgt beschrieben. Lege dich auf den Rücken und in Shavasana die tiefen Entspannungspose. Von hier gib die Füße zusammen, den Armen neben den Körper, Handflächen nach unten. Und jetzt beim Ausatmen beuge ein Knie und bringe das Knie Richtung Ohr und beim Einatmen strecke das Bein wieder aus. Ausatmen, Knie zum Ohr und dann wieder beim Einatmen, Bein ausstrecken. Wenn du willst, kannst du sogar den Kopf dabei heben und versuchen, das Ohr wirklich zum Knie zu bekommen und dann wieder herunterkommen und dann die anderen Seiten. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, weißt du, wozu die Übung gut ist. Es ist eine gute Bauchmuskelübung, mit der du die Bauchmuskeln trainieren kannst. Du könntest, wenn du wolltest, auch die schrägen Bauchmuskeln trainieren, indem du beim Heben eines Knies das Knie eben zur anderen Seite bringst. Wenn du das linke Knie hebst, hebst auch den rechten Ellbogen hoch und versuchst, das Knie zum rechten Ohr zu bringen. Und so hast du auch diagonales Bauchmuskeltraining. Du trainierst auch den Transversus Abdomini. Marottanasana gehört also zu den dynamischen Übungen. Gerade Hattabjasa Padati und Shritatvanidhi als klassische Yoga-Texte sind voll von dynamischen Übungen.